Aber ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, oder Bug, das ist ein Bug, ja, das ist ein Bug, egal, ähm, habt ihr das gerade gesehen, habt ihr das gerade gesehen, ich... Willkommen zu einer Runde, so, was ist so, Valve Games, ich meine natürlich Rage Mode, ähm, jo, ich will mir einfach mal so mal sprechen über, ähm, über diverse Sachen, auf meinem Kanal und die einfach sein müssen, also sowas muss man besprechen und wir, ähm, wie ein paar von euch bemerkt haben, ich habe auf meinem Kanal recht schlechte Ordnung und, also mit schlechter Ordnung meine ich jetzt einfach nur, da ist nichts geordnet, da, da steht nicht mal, oh mein Gott, den hätten wir mal geholt, oh nein, egal, ja, also mit dieser Ordnung meine ich einfach nur, ähm, SG hat keine Beschriftung, Zum Beispiel SG Nummer 1, SG Nummer 2, SG Nummer 3 oder diese Playlisten habe ich gar keine und das will ich jetzt einfach mal bringen und ich will jetzt kein Video löschen oder so, aber ich will jetzt einfach mal vorne beginnen, also wenn ich jetzt eine SG Runde mache, dann, dann kommt jetzt einfach mal, ähm, eine 1 davor. Wenn ich jetzt eine Rage Mode mache, dann kommt mal einfach eine 1 davor, weil ich habe SG sehr oft gemacht und ich will, ich habe über 20 Folgen gemacht und damals habe ich einen Kanaristart auch noch gemacht und es waren auch saumäßig viele Videos, ich glaube, ca. 60 und davon habe ich 40 gelöscht, ja, sowas ungefähr und jetzt einfach mal eine bestimmte Reihe wieder von vorne anfangen, ohne dass ich einen Kanaristart mache, weil ich finde Kanaristart sehr überflüssig und braucht man gar nicht. Also vielleicht für die Leute, die einfach denken, oh nein, ich will nicht sehen, was ich damals auf dem Kanal gemacht habe und, oh, ich denke mir ist das gerade wirklich egal, ich habe sehr viel Scheiße gemacht auf diesem Kanal und das, es ist auch fast ein Jahr vorbeigegangen und da bin ich auch richtig stolz darauf, dass ich überhaupt so lange durchgehalten habe, ich habe auch eine ganz lange Pause mal gemacht, ich glaube so einen Monat und, jo, und dann würde ich nur sagen, wir zocken gerade, also wir nehmen gerade auf mit einem neuen Aufnahmeprogramm, es nennt sich Fraps und ich hoffe, die Quali gefällt euch, ist gerade nur ein 30 FPS, einfach nur so, ich will meinen PC schonen und nicht so überbelasten, beziehungsweise nur die Grafikkarte und, weil du dich mal eine neue und das wird wahrscheinlich ein 970er sein. Okay, dann, den haben wir jetzt auch geholt, sind beim Gewinnen, ja, wir sind fütter, ist ja auch egal. Dann sage ich mal einfach mal, gehen wir jetzt auf den los und da wollte ich jetzt einfach nur sprechen, ich habe wirklich vergessen, wo wir waren. Okay, ja, stimmt, stimmt, wir waren auf dieser Kanal, ähm, Ordnung. Ja, dann wollte ich noch sagen, das gleiche gilt jetzt auch für die Playlisten und andere Sachen oder mit dem Profilbild, da bin ich nicht stolz drauf oder, der Creepers hat mich darauf angesprochen, wegen meiner Intros. Ich halte mich nie an einem Intro und, jo, ich sag einfach nur, es könnte sein, dass ich bald ein 2D-Intro bekomme und dieses 2D-Intro werde ich auch dann immer und immer wieder benutzen. Vermutlich wird zwei Monate oder einfach so lange, bis es nicht mal geht, so lange, bis es nicht mal geht, weil ich muss mich wirklich auf eine Sache halten, die Leute merken sich gar nicht mehr, was ich so auf dem Kanal mache. Also, wenn ich kein richtiges Intro habe, dann können sich die Leute halt nicht mal merken, was ich so auf den Kanal bringe und deswegen wird jetzt einfach mal ein 2D-Intro kommen, weil ich 2D-Intros liebe, liebe einfach und 3D-Intros gefallen mir halt nicht, deswegen gibt es ja bald ein 2D-Intro und dieses 2D-Intro werde ich dann auch für eine ganz lange Zeit benutzen und ja, hier, ich merke gerade so, den Rage-Mode wird sehr rumgespamt und ja, den haben wir noch bekommen, also GG. Dann gehen wir jetzt auf den mal los, der ist hier irgendwo hinter der Wand und, what's up, nigger, okay, scheiße, das dürfte ich jetzt nicht sagen, passt schon, oh nein, jo, okay, den haben wir jetzt bekommen. Ja, dann wollte ich noch sagen, mit dem Skin, den habe ich jetzt auch mehrmals gewechselt und ich bin jetzt einfach zufrieden mit den hier und den werde ich auch benutzen und daran habe ich jetzt einfach nichts mehr zu sagen, also der Skin bleibt jetzt einfach. Und dann nochmal so als kleine Wiederholung, was ich da auf dem Kanal mache, einmal Survival Games, Bad Wars, Rage Mode und Jump Leach, also diese 3 Spielmodus werden vermutlich nur auf diesen Kanal kommen und ganz einfach, bald kommt auch ein Kanal Trailer für die Leute, die es halt näher auf diese dreckige Amazon verarsche als Trailer anzusehen immer. Also hat schon mittlerweile 600 Aufrufe oder ist einfach richtig krass, das gucken sich immer noch Leute an oder wie mit meinen Tutorials, also da habe ich mich auch sehr abgewundert, wie viele Autos für diese Sachen hat. Und deswegen werde ich auch weiter Tutorials machen und ja, da werde ich auch eine Playlist darüber erstellen und ich werde vermutlich jede zweite Woche ein richtig geiles Tutorial machen. Ich will jetzt nichts Unnötiges machen oder so, weil es gibt ja Leute, die zeigen, wie man Optivine installiert, wie man andere Sachen macht. Aber ich kann ja mal zeigen, wie man ein Mods mixt oder irgendwas, was es halt im YouTube sehr wenig gibt davon und am besten was Qualikatives, also wo ich auch eine gute Qualität rausbringen könnte beim Kommentieren und andere Sachen. Also Tutorials, SG und anderen Schüsselmüssel, also andere Minigames. Okay, wir sind hier gerade in der Falle. Nun, nein, den haben wir noch geholt, hätte ich ihn bloß noch mit der Axt weggesnackt. Und der andere hat 730 Punkte, der muss einfach gewinnen, aber wir sind Zweiter. Nein, den haben wir nicht geholt, das ist vermutlich ein Obernoob. Nein, der hat mich noch geholt, der hat mich geholt, also ein Noob ist er jetzt nicht mehr. Ja, also mir fehlt gerade auch langsam das Kommentierzeug und jetzt weiß ich noch was, über was wir noch reden könnten. Zum Beispiel, was früher geschah und was jetzt so passiert ist, so einfach so einen kleinen Überblick, wo ca. ein Jahr konnte ich gar nicht kommentieren. Und da könnt ihr euch bestimmt noch vorstellen, wie ich damals geredet habe. Richtig so wie ein Asslack, also wo ich gesagt habe, so. Hey Leute, ich bin der Shadowbreaker HD, also wo ich nicht so meinen Minecraft-Namen noch gesagt habe, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Oh, ein Bug, das ist ein Bug. Ja, das ist ein Bug, egal. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr gesagt, im Sterben noch gelaufen? Egal, ich wollte dir sagen, also von früher, wie das so war, hey Leute, ich bin der Shadowbreaker HD und heute spielen wir mit meinem besten Kumpel, ähm, Minekraft und so weiter. Das werde ich vermutlich als zweites Video machen, also ich zeige so eine alte Folge noch von mir. Ist halt ein bisschen buggy, aber das zeige ich dann einfach mal. Und dann war es das eigentlich schon mit der Rage-Mode-Folge. Ich sag mal einfach, wir sind es weiter geworden. Es war uns so eine kleine kuriose Folge und bis zum nächsten Mal, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch mal eine positive Bewertung rein und... Dann wünsche ich euch noch einen schattigen, schönen Tag. Ciao! Ciao! Das war's.